jo leute was geht ab und willkommen zum dritten versuch der aufnahme und ich hoffe es sind drei auch wieder mal mit mir und mani scheint hat den server ja ich stehe ja hier schon oben ja ist gerade alles abgeschmiert aber wir machen das beste draus ja wir haben ein wenig gearbeitet der bug wurde jetzt gefunden wenn jetzt mani das da macht werde ich eingeklemmt warte macht aktiviere hier geht es alles ja alles ja und unten ich will jetzt erstmal zum schluss von unten kommen und zwar dass wir das und die untere geschichte hier erstmal zu ende gemacht haben und was soll der scheiß quarts block hier das ist nur verschönerung dass man da stehen soll also das muss ich dann aber schon überall machen ja das auch schon über okay dann ist gut okay da ist die sache wo man runter geht wo ist der scheiß hebel der ist da verarschen hallo bremsch ne ich brenne nicht so hier unten machen wir es noch alles kurz safe also alles ausleuchten und so jeden fleck ausleuchten ich finde etwas aber vielleicht schöner du findest was schön hat es ist nicht so das waren genug fackeln hier vielleicht hier vielleicht hier noch eine da noch eine da noch eine da noch eine ja das ist schöner glaube ich und da so dann hätten wir hier alle löcher wir machen das jetzt so gell warte ich komme hoch oder soll man das mit treppen machen nein so passt es schon besser so machen wir was was hat ein erdblock platziert so dann darunter müssen wir nicht mehr was hast du gemacht hier oben steht es doch was so das passt jetzt besser haben wir da bis lab sitzen gemacht ja alle gute dinge sind wirklich drei der server geht ich hoffe ja ich auch sonst kannst du heute vergessen wird aufnehmen was so alle boxen sind safe machen wir mal hier mit der weiter also du hast das jetzt so gemacht ne dann machen wir dann fangen wir direkt alter die tiefrichtung zu schnell kommt man nicht auf die sachen drauf schon okay zack zack eier und equipment her wollen wir auch noch kurz was sagen und zwar wir bekommen ein geschenk wir bekommen ein geschenk ja es ist nicht mehr so dass die live streams wie er schon bemerkt haben ein bisschen raus steuert sind ich hätte man so ausbereit wirst du mich verarschen ne eigentlich nicht aber die rauschen wenig wenn sie auf volle pulle stellt ja und es nervt uns ein wenig dann haben wir nachgeschaut also am mikrofon kann es nicht liegen habe so nachgeschaut am mikrofon liegt nicht ohne enteinsa ist beste und dann schauen wir wer ist natürlich der übeltäter billig scheiß wo man auf amazon kauft natürliches mischpult wer sagt das mischpult immer ist ich sage nichts gegen das mischpult es ist schon gut wenn man auch das zitiert ja aber bald werde ich nie wieder mit dem programm bearbeiten aber ich werde weiterhin mit dem arbeiten ja weil ja uns das mikrofon so ein scheiß mono scheiß ist was ja obwohl ja nee das bald nicht mehr aber aber trotzdem so eine schöne schere ist immer das schönste und wenn man dann noch die bäume schön fällt wusstest du wenn man wenn an den bäumen keine blätter mehr dran sind und kann man sie nicht mehr fällen auf einmal ja ja moment mal hast du jetzt da treppen dran gemacht oder was hast du dran gemacht also einfach hier slabs nicht da nicht da oben dran ja das sieht fehl aus ja das schaut wirklich fehl aus du musst einfach nur oben dran slabs machen also so ich mach das einfach mal hier weg nämlich das schaut bescheuert aus ach egal was ich brauche mal so wie ich es denke ne das ist schon wieder falsch ich warne dich ja schon wenn es falsch ist ja komm mal her hatte bald ist der letzte baum fertig so so weit wäre ich schon mal der baum da ist wirklich im weg so dann habe ich das da ach so da kommen ganze hin jetzt wird's klar kurz kurz nein spaß also man kommt ja theoretisch nicht mehr raus ja man drin ist ist man drinnen ja schon wow das ist ja ein lavafalle da hast du doch einen zauern vergessen wo ja alter wow die zäune sind kaputt gegangen da das verwirrt mich schon die ganze zeit die dreckszäune du weißt schon dass man hier gar nicht reinkommt ja du musst einen hebel äh einen knopf hin machen hier machen wir am besten so glasfenster rein dass es nicht so scheiße ausschaut oder hä was sieht scheiße aus ja hier drin oder warte mal habe ich eh glas fenster ok jetzt ist ein zeitpunkt da bin ich dran auszuraschen ist es schmiert das auch ab nein es will nicht so wie ich will henni ganz ehrlich so das ist scheiß warte mal ach so boah alter hä also unten soll es frei sein ne dann wird die ganze scheiße ungefähr so aussehen und hier vorne kommt doch nochmal eine schicht drauf was so ach so ach so alles klar so was was brauche ich jetzt hier wieder für eine dreck ach man so viel scheiße bauen hier mhm slap an ja an fenster kann man ja nichts ähm glas machen oder an wat an fenster ähm kann man kein ja kein kein was koppel ist ja nicht gerade das schönste wie jeder sagt so jawohl ich hab's geschafft fertig oh ja Junge ich bin fertig alter da fängt man ja an zu fackeln wenn man da rangeht ich verziehe noch draußen schnell die redstone fackel geh halt das mit redstone was du da schön gemacht hast naja drei sachen sind schon fertig jetzt kommt die letzte kabine ne letzte kabine wird gebaut zack 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 und ich habe kein steinemärer hast du noch briggs nicht mehr viel aber um wen geht noch zu spät bin schon am farmen ich brauche noch ein bisschen erde ein bisschen hast keine erde mehr haben wir noch einen ganzen backpack voll hättest du es früher gesagt hätte ich dich gefragt ja das hast du mir doch alles mal hingekotzt und im dann schon haben wir noch nicht mal ausgeräumt standbild alter hatte nach 100 jahren mal wieder ein standbild hat die fasse junge hier sind so zombie hast du jetzt überall schon eine sache gehen wir pennen schnell ja gerne der hat aber gar kein timer wieder gestellt wir nehmen schon zwei zehn minuten auf ich bin scheißegal ich bin scheißegal junge so du machst die kabine zu klein dein ernst nein ich hab so klein gebaut das kommt doch eins nach der alter will ich mich verarschen was denn erst mal ein bild machen von der ganzen scheiße hier so ich mach mal ein paar knöpfe dass wir das oh die kacke kann ich doch stehen lassen reiß gleich alles ab alter auf welcher seite haben wir immer die kabine äh halt den knopf auf der rechten seite haben wir den immer scheiß pflanze geht da draußen sind so viele erdlöcher rechts jetzt wollte ich schon wieder falsch bauen alter hol mir gleich die cloud boots hast du erde noch ja im ganzen backpack ja kann mal her hau mal her oder warte mal habe ich selber noch ja ich habe selber noch passt wollte gerade drei stacks hinwerfen nämlich muss noch die löcher zu machen wo du da gemacht hast du ein paar weißt du unter der arena ne vor außerhalb der arena also okay so zack zack und ich werde bei skype folge ist schnell auf beschäftigt gehen und dann geht die geschichte weiter hat die scheiß kabine zu groß gemacht kann es sein nee ne 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 passe ab ich hab ich hab landschaften ich gehe jetzt nicht auf skype sonst kackt mir doch das alles ab mit fraps ist eigentlich so ne sache ich will jetzt nicht dass die kacke auch noch skype aufnimmt hast du es getan wenn die fps noch in minecraft sind ja sie sind auch in minecraft dann ist gut aber kann auch sein dass das vorherige abgeschmiert ist jetzt bei der resche alles aufgenommen hat das alte wurde gelöscht und jetzt macht es weiter in minecraft kann auch sein so was bei mir beim adventure und das heißt dass die vorherige aufnahme weg war und das heißt muss nachher schauen wie es marsch aber ich glaube sie ist da bei dir ja sie war ja immer da ist jetzt bis jetzt was besetzt bis jetzt besetzt kabel 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 so stehe im garten und habe einen harten hier so ihn braten aber muss noch warten was aber die arena nähert sich schon richtig gut dem guten zustand was ist scheiße was nichts ist scheiße ja ja jetzt kommt er mir wieder so mit der kacke fahr mal die kacke aus ne ich habe mal die scheiße aus nein geht nicht alles selber machen ich mich war war jetzt hoch aber die arena ist eine nice das musst du zugeben was ist scheiße die arena wenn es nur die arena ist dann ist gut das brauchen auch meine schere schnell nämlich nein ich brauche eine werkbank der scheiß verkackte werkbank für slabs bams sechs labs das reicht locker easy bams kann man da überhaupt noch hochklettern ja kann man also die bäume werden schön verziert was bauch ich jetzt schon wieder für eine scheiße also ne heute ist einfach der wurm drin mit mir im bau oder einfach eine flachdecke drauf alter dabei gehört es ist ganz anders und zwar so zack 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 ende im gelände dann so so weiß was scheiße wird das glas dach was für ein dach das glas dach wo wir die kuppel rüber machen machen wir eine glaskuppel drüber ja ja du kannst mich mal ja hier oben habe schon angefangen dass man nicht abpacken kann wenn man elektrisch darf hat die die auf wenig verwenden das ist scheiße das sind scheiß abbau methoden und außerdem kannst du raus porten mit einem ninja decker ist verboten ja ja elektrisch darf doch auch dann springt dieser scheiß affenbaum da gar nichts was du bringst du brauchst kein geld fliegst einfach mit dem elektrisch darf hoch eigentlich ist alles vollkommen unnötig was gebaut hast das wollen wir ja nicht oder ich baue ja schon was ab dann wenden wir auch schon die folge wie ich fertig mit meiner scheiße hier dass wir noch die zuschauertribüne bauen sie sich das sieht nice auch ich mache hier noch ein bild so ein paar bilder geschossen von der kacke kannst du mal schnell oben das glas helfen abbauen wieso will ich das jetzt abbauen weil es scheiße ausschaut nein solche momente in minecraft sind immer witzig so alles weg muss das überhaupt so hoch werden ja schon ich meine zuschauer tribüne kommt auch noch ne warte mal es geht auch so so mich lasse ich hier natürlich alles wieder alleine abbauen so und das war es jetzt auch wieder von einer folge mein clash ich habe kein falscher anbekommen ich bin da runter gesprungen weder froh die goldene feder habe keine also also wenn es mir gefallen lasst den beantworten also haut rein bis nächstes mal und ciao tschüss 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 so ah adold ahja alter fach unger tschüss equ notes ich nehme noch auf äh ach ich nehme noch auf ich nehme noch auf ich nehme noch auf okay ich beende jetzt Cheetah